Eins, zwei, drei. Jetzt läuft schon Sally, du kannst noch sagen. Hallo, herzlich willkommen zu Sallys Welt. Wir sind gerade in Frankfurt. Gestern waren wir in Duisburg und dann noch in Düsseldorf und die Woche vorher, ich weiß schon gar nicht mehr, wo wir überall waren. Jedenfalls wollte ich euch mit diesem Video sagen, dass wir jetzt eine kurze Auszeit machen. Ja, wir machen den Fuchs, also wir verschwinden. Ja, wir verschwinden. Wir Murat und ich brennen durch, mit Zamtkindern und Gepäck. Wir waren jetzt die letzten Wochen und auch Monate wirklich sehr lang und sehr oft unterwegs. Wir kommen jetzt gerade vom Webvideopreis, den wir gewonnen haben. Herzlichen Dank auch für eure Unterstützung und für eure ganzen Glückwünsche. Davor hatten wir zwei Messen, einmal in Dortmund, einmal in Wels. Da mittendrin hatten wir noch eine Autogrammstunde. Wir sind gerade mit dem Bau beschäftigt, mit dem Haus, mit den YouTube-Videos, mit meinem Buch, mit Autogrammstunden. Was haben wir noch alles, Murat? Die Kinder haben wir noch. Murat habe ich noch. Und jetzt haben wir gedacht, komm Sally, Murat, jetzt ist es an der Zeit, ein bisschen Urlaub zu machen. Deswegen gehen wir jetzt für die nächsten zehn Tage mit unserer kleinen Familie, also Murat, ich, Samira und Ella in Urlaub. Wir werden einfach mal die Seele baumeln lassen. In die Wohnung von den Schwiegereltern? Genau, in die Türkei fliegen wir und werden einfach mal uns ausruhen. Und wir wollen in dieser Zeit auch, also was heißt wir wollen, wir möchten einfach dieses Mal versuchen, keine Kommentare zu beantworten. Wir wollen das Handy einfach mal zur Seite legen und wirklich ohne Internet auch auskommen. Meine Videos werden trotzdem, wie gewohnt, Mittwoch, Freitag, Sonntag veröffentlicht. Das heißt, die ganzen Rezepte gibt es trotzdem für euch. Die Kommentarfunktion bleibt auch aktiv, weil ich weiß, dass ihr ganz tolle Zuschauer seid und bestimmt trotzdem tolle Kommentare schreiben werdet. Und ja, also wundert euch nicht drüber, dass wir nichts antworten. Wie gesagt, wir machen jetzt einfach mal zehn Tage Pause, kommen dann wieder Mittwoch zurück. Genau, das brauchen wir einfach mal Handy abschalten, einfach mal kein Internet. Zeit genießen. Nur Zeit für die Kinder, planschen gehen mit den Kindern, abends mit der Familie essen gehen. Genau, und da freuen wir uns auch wirklich schon sehr drauf. Wir müssen jetzt auch neue Kraft tanken, denn wir möchten ja noch das Buch fertig machen und möchten noch weitere Videos drehen. Ich brauche wieder ein paar Ideen, das heißt, es wird auch eine kleine kulinarische Reise. Dann werden wir abends einfach in den Restaurants mal schauen, was da alles passiert. Jetzt haben wir auf jeden Fall unser Auto geparkt, fahren jetzt zum Flughafen rüber und dann sind wir einfach mal zehn Tage weg und wir wünschen euch eine schöne Zeit, vor allem jetzt auch Pfingsten, eine schöne Ramadanzeit und verbringt auch ein bisschen Zeit mit eurer Familie. Legt das Handy weg. Legt das Handy mal weg. Redet mit eurem Partner, Murat. Genau. Wir werden uns unterhalten. Wir müssen Murat mal reden jetzt. Ja, wir müssen uns mit dem Partner reden. Richtig so, so face to face. Genau. Okay. Ja, jedenfalls wollen wir einfach kurz Bescheid sagen, dass ihr euch nicht wundert, dass jetzt keine Kommentare von uns zurückkommen. Aber falls ihr natürlich dringende Fragen habt im Shop oder so, dann sind natürlich unsere, unser Shop-Team ist trotzdem da. Schabern, Sabine und mein restliches Team, die werden euch die Fragen auch beantworten und sind für euch da. Und ja, was wollte man noch sagen, Samira? Willst du auch noch Tschüss sagen? Sag uns kurz Tschüss. Ich muss dir was sagen, Papa. Ja. Er hat den Hund abgerissen. Oh, der Wackeldackel. Er hat den Wackeldackel abgerissen. Egal, den kleben wir wieder dran. Ja. Gut, also wir gehen jetzt, sonst verpassen wir den Flieger und müssen doch hierbleiben. Das wollen wir nicht. Okay. Also, bis bald. Macht's gut und danke nochmal für das Abstimmung in meinem Webvideos. Tschüss. Danke für die Abstimmung. Tschüss. 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 Ja, der Hund, der Wackels und Dackels. Tschüss. Ciao, macht's gut. Tschüss. Tschüss.